Herzlich willkommen bei eurem HannibalHD, also ich, und ein kräftiges LOL zu Franklin, den wir hier gerade spielen. Also wir spielen GTA 5, Simple Player, oder Single Player, ich glaube das heißt sogar Single Player, wie der Single, der euch allen schon bekannt ist. Da sind wir zwei. Halt die Fresse. Er will auch noch weh. Au. Nicht getroffen als erstes. Und, oh, ich hätte unten. Was hier? Genau. Zwölf, Junge. Wir haben 75.000 leider nur, obwohl wir mit dem Spiel durchs hier sind. Oh. Ein schöner Strandspaziergang könnte auch nicht schaden, ne? Oder? Ha, ha, ha. Was ist denn er gerade für eine Mackenkarte? Was ist denn er gerade für eine Mackenkarte? So, und jetzt, auf die Fressen. Unsichtbare Mauer. Da kommt ein Jetskirchen gefahren. Ach, ha, ge, Leute. Da ist er sehr, sehr. Er soll verretten. Zack. So, jetzt müssen wir sehr doll... Da kommt schon der nächste. What? Und da kommt auch schon der Heli. Hat uns gerade auch erwischt. Erwischt uns die ganze Zeit. Die ultimative Fluchtfahrt, ne? Oh Gott. Ach du, heilige Kacke. Ich bin ja eigentlich so ein ziemlich zivilisierter Fahrer. Aber hier drinnen kam ich noch nie klar. Nein! Ach, Kacke. Oh, das wollte ich jetzt echt nicht. Oh, Mann, oh, mir. Och, Mann, oh. Och, Mensch. Das war ja arm gerade. So arm. So arm, wie es keine Arm hat. Nur der Franklin. Der hat so arm. Nee, du fährst weiter. Naja. Und... Ey! Alter, bleib hier. Hinten durch jetzt. Zack! Mach's. Donut. Alter, bleib stehen. Komm, raus da. Ja. Bei dir ist das Auto nicht in guten Händen. Aber bei mir. Bei uns ist das Auto immer in guten Händen. Oh, ho. Drei Audi A8s. What the fuck? Wow! Ja, in guten Händen. Zack. Alle Achtung! Voran da. Voran, voran, voran. BÄÄM! Und hier hinten Auto lang, ne? Ich mach es nie. BÄM! Doppelter Kühl. Komm so runter, die Bullen. Da kommen die Bullen runter, ey. Die kriegen mich schon nicht. BÄM! Oh, der holt knapp. Nein! Ich hab jetzt nicht ernsthaft mich erwischt. Oh! Wie oft sterben wir denn noch in dieser Folge? Schon zweimal innerhalb von fünf Minuten. Nee. Oh, Leute. Das ging ein bisschen fehl. Ein bisschen fehl. Ich hab jetzt noch ein bisschen fehl. Ach, wir wollten ja noch damit was machen, ne? Hab ich kürzlich erst gefunden. Alter. Jo. Da kommt alle her. Das ist so lustig, mit dem zu hauen. Zack. Jo. Wie viele da grad sind. Die wollen wir alle ermorden. Zack, 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 zack. Jetzt stellt sich dein Auto vor. Ich glaub's nicht. Zack, 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 zack. Alle, die da schmettern. Alle, die wir hinkriegen. Jo. Lollikus. Unser Stichwort. Lollikus. Da hinten. Da. Da. Weggemützelt. Weggemützelt. Hier, oder? Ah, da sind beide tot. Oh. Jetzt klappt's nicht, oder was? Zack. Oh. Wir sind vorangeflogen. Meine ich doch. Zack. Ähm. Das wird ein Kill. Das wird ein Kill. Das wird ein, zack. Haben wir den gut gemacht, Leute. Haben wir den Kill gut gemacht. Zack. Bam. Bam. Wenn ich schon sterben muss, denn mit dem. Denn mit dem. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Die Folge muss exakt 15 Minuten laufen, Leute. Ich muss die ganze Zeit auf den Player gucken. Den Play. Wie lange die schon läuft. Oh. Jo. Nein. Er darf nicht weiter ver... War auf mich wütend, oder warum ist er auf mich zugekommen? Hoffentlich geht die... Wir haben drei Männer, die einen Fahrer brauchen. Natürlich. Wir müssen jetzt während die Polizei und sucht drei Männer mit unserem Schickimicki-Wagen abholen. Wir holen uns aber noch einen ordentlichen Wagen dafür. Und zwar... Und zwar... Einen von denen hinter uns. Nein. Wir nehmen den hier. Sieht ja auch schön aus. Ich hoffe, die wissen nicht, was ich für ein Bullenheld bin. Dass die Bullen mich so liebhaben. Alter, das regt mich gerade so auf, dass ich hinter mir diese Reden höre. Obwohl ich mir... gar keine mehr anhabe. gar keine mehr anhabe. Ach, hier steht ja auch die Limovil, ne? Taxi ist da. Okay, das ist ein Beil. Oh, ich will die schöne Stretch-Limo. Oder das ist eine geile Idee. Was macht ihr denn da? Ja! Nun, weil er das jetzt nicht gebacken gekriegt hat, ne? Fick dich! weil er das jetzt nicht gibt jetzt ist diese ich glaube kaum dass der fahrgast unsere diensten noch mal die können auch nicht mehr unsere fahrgelegenheit in anspruch nehmen ich hab die gekillten haben ja ist ihnen das zu blöd den steigen wieder aus also das bedeutet ich war zu lahm weil der eine das nicht gebacken gekriegt hat die dings zu machen weil der eine das nicht gebacken gekriegt hat da einzusteigen was macht er denn da er rennt die ganze zeit aber auch die ganze zeit gegen diese tür denn klettert er rüber dann wird die tür zugemacht und dann ist er zu lahm beim einsteigen und dann steigen die alle aus und wollen nicht mehr mitfahren die wollen mich doch dann verarschen oder was nehmen wir jetzt das auto und das motzen wir dann noch auf so 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 auch noch gar nicht aufgemacht das auto Also alles nur mit einem Stehlenchen. Soll ich das Kronen machen? Ne. Kev. Ne. Kev hat diese Farbe. Ne. Kev hat diese Farbe. Schöne Kev. Könnt ihr abonnieren. Jetzt kann ich mir nichts mehr kaufen. Wir haben kein Geld mehr. Ach nö. Wir haben jetzt kein Geld mehr für Turbo gehabt, aber unser Motor ist ja sowieso gleich voll aufgemotzt. Unser geiles Auto, ne. Das stellen wir uns garantiert in diese Garage. Da wollen wir noch mal einen schönen Hintergrund haben. Und mit unserem Basie. Und dann sag ich Tschüss an dieser Stelle. Und Bis nächste Folge. Bitte abonniert mich. Und ein kräftiges Ciao, Ciao. Lasst einen Daumen hoch. Da. Und BAM. Danke für das Zugucken, sag ich nur. Mach Luca. gas. Jangan. Es liegen.